Es gibt ein paar Dinge, die mir wirklich was bedeuten. Mein Körper, meine Bude, meine Karre, meine Familie, meine Kirche, meine Jungs, meine Mädels und meine Pornos. Mein Körper, meine Bude, meine Karre, meine Familie, meine Kirche, meine Jungs, meine Mädels, meine Pornos. Körper, Bude, Karre, Familie, meine Kirche, meine Jungs, meine Mädels. Was ist sie? Das ist sie definitiv. Die ist eine Zehn, aber... Ey, die ist mehr als eine Zehn, Bruder. Oh mein Gott, hast du dich etwa in die Tussi verknallt? Ich hab eine Freundin. Oh mein Gott, wie heißt sie? Wie heißt sie? Wieso hast du eingewilligt? Du musst abwarten und es rausfinden. Ich kann warten. Du bist böse, ich find dich cool. Ach ja? Ja. Willst du die Wahrheit wissen? Du bist das Wunderschönste, was mir je im Leben begegnet ist. Magst du Filme? Baby! Was zur Hölle machst du da? Ich check meine E-Mails. Nein, tust du nichts? Sie hat rausbekommen, dass ich Pornos gucke. Das war's. Ich schwör's bei Gott. Oh! Wieso guckst du dir diese beschissenen Filme an, die du immer siehst? Filme und Pornos sind was völlig anderes. Für Filme gibt es Preise, John. Pornos gibt's auch Preise. Oh, halt deine Klappe! Es gibt ein paar Dinge, die wirklich was bedeuten. Du hast mir doch letzte Woche noch gesagt, dass du Pornos viel besser findest als echten Sex. Wenn du dich gehen lässt, verlierst du dich in der anderen Person. Ich dachte, du wärst anders. Vielleicht sollte ich ja mal was Neues probieren. Es ist schon eine gutenischaft. Wenn du dich logistics machst, ist nee. Es ist schon eine gute equations. Es ist sogar die gute Frage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017